In dieser Dialogübung geht es darum, sich bei einem potenziellen Arbeitgeber vorzustellen. Die beiden Gesprächspartner sind ein Bewerber und ein Arbeitgeber, die sich auf einer Jobmesse treffen. Der Bewerber möchte einen guten Eindruck hinterlassen und über seine Erfahrungen sprechen, während der Arbeitgeber mehr über den Bewerber erfahren möchte. Du solltest dir den Dialog mindestens dreimal anhören und Wörter, die du nicht kennst, aufschreiben. Guten Tag, mein Name ist Lukas Müller. Ich habe Ihren Stand auf der Jobmesse gesehen und wollte mich kurz vorstellen. Hallo Lukas, freut mich, dass du Interesse an unserem Unternehmen hast. Mein Name ist Frau Schneider. Was genau hat dich denn zu uns geführt? Nun, ich habe kürzlich mein Studium in Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen und suche nun nach einer passenden Einstiegsposition. Ihr Unternehmen hat mich aufgrund seiner innovativen Projekte und guten Reputation sofort angesprochen. Das freut mich zu hören. In welchen Bereichen hast du während deines Studiums Schwerpunkte gesetzt? Meine Schwerpunkte lagen in den Bereichen Marketing und Personalmanagement. Während meines Studiums konnte ich bereits erste praktische Erfahrungen in diesen Bereichen sammeln, da ich ein Praktikum bei einem mittelständischen Unternehmen absolviert habe. Das klingt interessant. Kannst du mir mehr über deine Erfahrungen im Praktikum erzählen? Gerne. Während meines Praktikums war ich hauptsächlich in der Personalabteilung tätig. Dort habe ich bei der Organisation von Schulungen und Weiterbildungen mitgewirkt, das Bewerbermanagement-System gepflegt und bei der Erstellung von Arbeitsverträgen unterstützt. Ich habe auch im Marketingbereich gearbeitet, wo ich das Team bei der Planung und Durchführung von Kampagnen unterstützt habe. Sehr beeindruckend. Hast du auch schon Erfahrungen mit Projektarbeit gesammelt? Ja, ich hatte während meines Studiums die Gelegenheit, an mehreren Projekten teilzunehmen. In einem dieser Projekte habe ich gemeinsam mit Kommilitonen eine Marketingstrategie für ein Start-up entwickelt. Dabei mussten wir unsere Ideen präsentieren und konnten wertvolles Feedback von Branchenexperten erhalten. Das klingt, als hättest du schon einiges an praktischer Erfahrung gesammelt. Welche Software und Sprachkenntnisse bringst du mit? Ich habe gute Kenntnisse in den gängigen Office-Anwendungen und konnte während meines Studiums- und Praktikums-Erfahrungen mit verschiedenen Tours zur Projektplanung und Steuerung sammeln. Ich spreche außerdem fließend Englisch und habe Grundkenntnisse in Spanisch und Französisch. Das sind sehr gute Voraussetzungen. Wie siehst du deine persönlichen Stärken und Schwächen? Ich würde sagen, dass ich sehr gut im Team arbeiten kann und mich schnell in neue Aufgabenbereiche einarbeiten kann. Zudem bin ich sehr zuverlässig und organisiert. Eine Schwäche von mir ist, dass ich manchmal zu detailorientiert bin und dabei den Überblick über das große Ganze verlieren kann. Ich arbeite jedoch daran, auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und Prioritäten zu setzen. Das sind wichtige Eigenschaften, die wir in unserem Unternehmen schätzen. Hast du schon konkrete Vorstellungen, in welchem Bereich oder welche Position du einsteigen möchtest? Ich bin grundsätzlich offen für verschiedene Bereiche, finde aber besonders das Personalmanagement und das Marketing spannend. Ich könnte mir vorstellen, in einer dieser Abteilungen als Trainee oder Junior Manager anzufangen und mich dann weiterzuentwickeln. Das klingt gut. Wir haben tatsächlich aktuell einige offene Stellen in diesen Bereichen. Ich empfehle dir, dich online über unsere Karriere-Seite zu bewerben. Dort findest du auch alle notwendigen Informationen zum Bewerbungsprozess. Wenn du möchtest, können wir auch direkt einen Termin für ein Vorstellungsgespräch vereinbaren. Das wäre großartig, vielen Dank. Ich werde mich auf jeden Fall online bewerben und freue mich auf das Vorstellungsgespräch. Sehr gerne, Lukas. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Bewerbung und freue mich, dich bald wiederzusehen. Vielen Dank, Frau Schneider. Ich freue mich ebenfalls auf unser Wiedersehen. Auf Wiedersehen und noch einen schönen Tag. Danke dir auch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Dieses Video wurde Ihnen von Togpal präsentiert. Togpal ist ein KI-Sprachlehrer, der mit GPT-Technologie betrieben wird. Es ist die effizienteste Methode, um eine Sprache zu erlernen. Sie können über eine unbegrenzte Anzahl interessanter Themen chatten, entweder schriftlich oder mündlich. Es korrigiert Ihre Grammatik und gibt Feedback zu Ihren Nachrichten. Es hilft Ihnen, das Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen zu üben, während Sie sich an interessanten und spannenden Gesprächen beteiligen. Melden Sie sich jetzt an untertogpal.ai Vielen Dank. Vielen Dank.